hallo meine lieben herzlich willkommen zum zweiten teil von meiner paletten sammlung ich habe ja für euch alles hier zusammengepackt und möchte euch das ganze gerne zeigen swatches und so weiter wird es auch in diesem video nicht geben weil ich das dann mit euch mache wenn ich die tatsächlich auspacke in einem also was heißt auspacken wenn ich mit euch in letzten minkern talk mache und euch die da noch mal einzeln direkt vorstelle genau dann swatches und dann seht ihr auch wie sie sich auf dem auge verhalten wenn es dann zur live anwendung kommt genau wir fangen an mit was ganz kleinem die meisten sachen die ich hier euch heute zeige sind wirklich aus dem paket von der lieben abonnentin die hat mir eine masse an zeugs neues geschickt und ja das ein bisschen was habe ich natürlich behalten ein bisschen was wandert weiter und ja also wir starten mit weitern weil die 38 0b walking und exhalts heißt das ding ist eine kleine palette mit drei farben und hat noch mal einen kleinen nicht spiegel pinsel ja dann hätte ich fest und ja da muss ich mal gucken aber das ist so ein nettes gut für so eine reise ist wenn du auf reisen willst du nimmst das ding mit und dann ist das ja beim eyeliner dazu ist das schön genau die essens born awesome habe ich auch von ihr bekommen habe ich mich mega drüber gefreut weil ich mir die immer holen wollte und dann habe ich nicht und ich glaube deshalb gar nicht mehr im sortiment sie sieht so aus wunder wunderschön und bezahlt mit der zu spielen auch mit der das ist die follow your heart von essens die hat auch noch die schutzfolie die kommt ja das mal die farben ich kann ihm nicht drauf genauso dann habe ich eine dies noch komplett zu die bleibt auch zu diesem makeup revolution das ist die reloaded iconic division die ist sehr sehr grünlich da muss ich wirklich überlegen ob ich sie behalte oder ob ich sie weiter verschenken werde weil ich bin ja nicht so für grün zu haben obwohl ich grün braune augen habt wird es eigentlich recht gut passen aber ja ich weiß nicht ich muss mal gucken ansonsten um 40 bestimmt und wer finden dann zwei kleine von catrice die auch aus dem paket einmal die so serger und die future female eine jüdige palette und einen jungen mit ein bisschen blau ich mache euch die nummer kurz auf einmal so sehr schön und die zeige ich euch auch noch mal so sieht die aus das sind so kleine niedliche paletten wo ich mir dann so denke die kann man auch mal leer kriegen so dann hier eine die habe ich schon sehr sehr lange die ist von makeup revolution das ist die mermaids forever die ist mir mal kaputt gegangen also runter gefallen und seitdem so ich habe die gut benutzt wie man schon sieht und das ist so eine richtig geile palette entschuldigt das wort aber es ist einfach so weil du kannst damit was total neutrale schwingen aber du kannst auch mal so richtig so werden und ich liebte ich liebe die wirklich und und froh dass ich sie in der sammlung habe dann eine kleine von es ist das ist die million faces wie der name schon sagt eine palette das ist million faces eyeshadow box 01 hashtag wie youtube ich denke ich kann es lesen hier sind und katze drauf und vor die niedliche aufmachung und das ist die palette finde ich voll niedlich und die sind schön leicht also dann von einer von make up und i heart make up die chocolate weiß ich habe ich von ihrem ersten paket gehabt mit der habe ich tatsächlich schon spielen können hier unten ist noch mal die folie mit dem ganzen namen und der spiegel dann haben wir oben applikator plus halt so im applikator die ganzen farben noch mal sehr sehr schöne farben schön ganz gut gehen für mich eine herbst palette ja habe schon mit ihr gespielt und ich finde sie toll ich mag diese schoko paletten die braune habe ich damals uli glaube ich weitergegeben ja dann haben wir hier iconic pro 1 und 2 die sind ja auf youtube zu den naked paletten glaube ich auch hier hatte ich leider keine chance mit denen zu spielen hier unten ist auch der pinsel wieder drin und die folie und da haben wir die farben sehr sehr niedlich aber sehr schön und die nummer zwei die ist ein bisschen ja ein bisschen anders also ein paar andere töne sind bei ja wie gesagt also diese beide auch noch nicht angetauscht also die hier auf jeden fall nicht und dementsprechend haben ja wir schauen mal so es geht weiter travelholic eyeshadow palette rivale lube ja auch eine kleine nur die palette mit dem namen hawaii ibiza chicago natürlich madrid entschuldigung tokyo bali miami und new york ganz getolle aufmachung bin echt gespannt auf den jahr sind die verdammt umnächst auch in ein let's schminkend talk kommen das nächste let's schminkend talk wird es denke ich nächste woche geben ich denke das werde ich montag machen am 21 weil da hat meine mom geburtstag und ich habe frei so ganz überraschend bekommen warum auch immer das werde ich euch dann in dem video erzählen und weil danach die woche haben wir urlaub aber da kriegen wir besuchen da schaffe ich es dann nicht und dementsprechend haben wir da noch was für und dann werde ich irgendeine rausziehen so dann haben wir hier noch die beach cosmetic nude rose die hat noch die verpackung das ist ein teil finde ich voll schön jetzt die anleitung wie das genau funktioniert folie und farben plus ich finde die so schön ich finde die so schön ja einmal wenn man halt so viel hat weiß man gar nicht was man immer zuerst benutzen soll so dann ein kleines quadro von catrice aus der caviar gut die aufmachung ist super das ist samtig und dann mit dem gold und schwarz ich finde es voll edel und das sind die farben hat auch unten wieder ein riesen spiegel jetzt auch perfekt eigentlich für den herbst und genau ich weiß noch nicht ob ich nächstes jahr eine aufbruch challenge machen mit wieder so paletten weil ich knappe an der anderen an der als lag angels ich habe das ist ein anderes thema so dann haben wir hier essen your cupcake das war mal eine konnte man direkt über die essen seite bekommen die hat halt hier wenn man es aufklappt fünf spügel und zurück und hier rausziehen dann waren hier um pinsel drin hier sind die lidschatten fahren und das sind einleiner in grau und schwarz hat für mich eigentlich nur ein sammlungswert die pinsel habe ich im gebrauch und dann habe ich die damals bekommen so dann zwei hier habe ich die eine habe ich von sarah und die andere habe ich mir aus dem wanderpaket von sarah rausgenommen hier habe ich von sarah zum geburtstag bekommen letztes jahr das ist die wild at heart die hat auch einen spiegel die sieht so aus das sind gepackene eyeshadows von bh cosmetics geile farben richtig richtig geil und weil die dazu passt da habe ich mir die rausgenommen und ja da sind grüntöne bei aber das sind schöne grünen töne zum beispiel der hier finde den wunder wunderschön und auch der und ich habe damit auch schon ein paar lux geschminkt ja also habe ich schon ziemlich auf verwendet finde ich bin ich sehr sehr schön so dann eine ganz tolle aufmachung mit diesem herz hier das erinnert mich immer voll an irgendwie sailor moon warum auch immer auch von i heart make up die unicorn lauf und das ist samt ich weiß nicht seht ihr das ja ich glaube schon zusammen und die sieht so aus ich finde die toll ich finde die toll die hat pinke töne die hat und schönes blau und die ist auch mega mega gut pigmentiert ich liebe ich liebe die unendlich doll die habe ich von sind die letztes jahr zu weihnachten bekommen die beautiful eyes das sind 12 als shadow farben angelehnt an die naked palette und mit der habe ich tatsächlich schon ein paar mal gespielt weil mit diesem ton hier ja finde ich sehr sehr schön gefällt mir gut und darf definitiv bleiben bleiben darf meine sleek palette wo was drauf gekommen ist was auch immer das ist die original die habe ich von uli und ich finde auch die großartig und wie man auch hier sieht war ich schon in dem einen oder anderen ton ich finde es liegt ist eine ganz tolle marke und ich habe ein paar blushes von denen und halt diese palette und toll 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 so dann eine von der lieben steffchen die not mit zwei die hat auch zwölf haben und die sieht so aus da war ich schon ein bisschen öfter drinnen weil mir die wirklich auch gut gefällt erinnert mich auch ganz stark an die iconic paletten wie auch die andere deswegen ja ich muss das mal alles ganz in ruhe miteinander vergleichen und ja aber die bleibt auf jeden fall erstmal mal gucken von ispray ein kleines quadro auch aus dem paket von der abonnenten noch gar nicht benutzt also von mir jetzt von ihr ja klar mal gucken mal gucken also von ispray hatte ich selbst auch noch gar nicht dementsprechend bin ich sehr sehr gespannt dann eine von nix lit lingerie die besteht komplett aus matten farben und ich bin nicht so der typ für matte lidschatten ich mag es wenn es glänzt ich werde der noch eine chance geben dass wir noch mal miteinander ist versuchen quasi sollte es dann nicht passen dann pack ich es ja in meine kiste mit den aussortierten sachen was dann irgendwann wahrscheinlich auf dem wanderpaket oder auf dem tauschpaket oder so hinausläuft wir haben noch fünf vor uns und dann haben wir sie schafft dann die go to hell palette die erinnert mich ganz ganz stark an meine kindheit als ja wir sind halt früher immer nach nach polen rüber gefahren zum einkaufen zum tanken und es war immer so dass wir halt einmal monat rüber gefahren sind große einkauf gemacht haben in den läden dort und dann natürlich auch noch über den markt gewandert sind und so weiter auf den markt stellen haben sie lidschatten verkauft und ich war zehn elf oder so und meine mutti hat sich da halt immer lidschatten gekauft und das eine kam mit so einer identischen box nur dass die halt komplett rot war und wenn man die aufgeklappt hat waren die waren die fändchen genauso deswegen erinnert mich das total ja an die kindheit wenn wir da nach polen halt gefahren sind und ja mit der habe ich auch schon ein bisschen was gemacht ist halt sehr sehr dunkel ist halt eher was so für abends dementsprechend ja mal schauen wir werden sie auf jeden fall noch mal in einem let's schminkend trock erleben so lässt mich die mal kurz hier ja dann haben wir hier eine von catrice addicted to shackles auch aus dem paket von der lieben abonnenten schutzfolie und hier sind die farben ist ein bisschen wie auch die golden 20s von von rivalde lub oder auch die ganzen netten paletten ja also sehr sehr nur ich habe ja wird kann man halt nie genug haben und geht auch wie er immer so ich finde das hier mal wieder in die verpackung so dann die mona million von make up revolution ganz ganz doll geliebt von mir habe ich auch mal ein paket von dir gehabt und also von der lieben abonnenten sie möchte halt nicht im vordergrund stehen deswegen darf ich ihren namen nicht sagen es manchmal ein bisschen schwierig aber ich weiß dass du meine videos guckst und ich weiß auch dass du weißt dass ich dich meine und deshalb sage ich auch dir liebe grüße so und jetzt machen wir weiter mit dieser ich habe sie schon sehr sehr viel und oft verwendet und ich finde sie toll ich finde sie wirklich wirklich toll und die hat so mega mega schöne farben ja genau so und dann noch zwei meiner highlights die habe ich von der lieben von moldavid bekommen ich verlinke euch noch diens kanal unten in die infobox als wir uns letztes jahr im sommer getroffen haben habe ich von ihr zwei paletten bekommen einmal die naked 3 ja ich habe sie mehrfach gefragt ob sie noch alle leppen am zaun hat und war jetzt sehr sehr geflasht ich habe mit der schon ein bisschen rum gespielt nadine wie du vielleicht siehst ja mit der machen wir auf jeden fall auch noch mal eine schwingen talk und ich finde die toll ich finde die toll die farben sind pudrig weich und ja ganz 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 toll den pinsel habe ich hier auch noch drin bei der anderen palette ist es so dass ich den pinsel auch so schon benutzen und zwar ist das die weiß palette von nicht von urban die weiß die hat ein paar richtig richtig tolle farben so und auch hier wie du vielleicht erkennen kannst ich war drin also vor allem hier und da war ich halt immer auch in dem grünchen und achte ich so toll vielen vielen dank noch mal und ja die wirst du dann auch demnächst im letzten tag wiedersehen ihr liebe wir haben auch den zweiten teil der paletten sammlung geschafft das heißt ich werde das video jetzt auf den computer ziehen werde es schneiden wenn was zu schneiden da ist und euch das dann online stellen dass ihr ein video habt ihr lieben ich sage euch vielen lieben dank fürs zusehen und dann bis zum nächsten video bei euer foxy